es ist schon ein bisschen länger her dass ich auf einem schießsportlichen wettkampf gewesen bin und das nehme ich einfach mal zum anlass um ein video darüber zu machen was ich für mich als vorbereitende maßnahmen treffe bevor es auf den wettkampf geht im regelfall am tag davor was nehme ich mit was habe ich meine rangeback oder meinem gewehrfutteral in diesem fall nun das ist relativ einfach womit beginne ich ich beginne im großen und ganzen am vortag schon meine tasche zu packen mit den nicht wesentlichen teilen also sprich gesetzlich sachen die ich nicht wegschließen muss da ich im normalfall relativ früh schon schieße also meine slots so buche dass ich relativ früh morgens schon dran bin bin ich auch dementsprechend früh morgens auf der autobahn oder auf der fahrt zum wettkampf und das bedingt halt auch dass ich dann mein ganzes zeug vorbereitend am vortag schon zusammen packe einfach um zeit zu sparen um morgens keinen krach zu machen sollte meine frau oder die kinder noch am schlafen sein oder wie auch immer also was kommt denn alles mit in diesem fall es ist für mich im statischen bereich mein erster lang waffen wettkampf also ich denke mal die liste wird wahrscheinlich nicht final sein da kann also durchaus das ein oder andere im nachgang noch dazukommen wir beginnen ganz klar und ich packe es auch direkt schon ein dass ihr seht dass ich das ernst meine gehörschutz ist selbstredend brauchen wir auf jeden fall beim schießen kommt hier in die große mitteltasche rein gefolgt von schutzbrille schießbrille je nachdem was ihr für eine brille verwendet machen wir direkt zu das ganze ich habe jetzt meine kurzwaffen schießbrille die ich beim haltmeyer in butzbach habe anfertigen lassen hat einfach den vorteil sie ist keine gleitsicht brille und damit habe ich relativ wenig probleme mit dem unterschiedlichen korrekturzonen so dann nehme ich sicherheitshalber meinen vortex impact 1000 rangefinder mit einfach nur zur sicherheit um zum beispiel entfernungen noch mal zu bestätigen auf denen ich morgen schieße wie gesagt es geht auf einen kk long range also kleinkaliber long range wir schießen auf 100 meter 200 meter und 300 meter und da möchte ich einfach vielleicht nur sicherstellen dass ich tatsächlich auf diesen entfernung bin schaden kann es in jedem fall nicht dann noch mit dabei für den fall der fälle ein optikputz set hier aus dem hause niebling für den fall dass das zielfernrohr irgendwie dreckig wird so meiner kenntnis nach ist es auch so dass bei gewährdisziplinen bei gewährwettkämpfen ist die safety flag vorschrift also schmeiße ich die ebenfalls mit in das fach damit haben wir die seite selbstredend waffenrechtliche dokumentation auch waffenbesitzkarten genannt die packe ich hier seitlich in einer der dokumententaschen dann habe ich auch mit dabei ein notizbuch falls ich irgendwie zum schießen irgendwelche notizen machen muss wegen klick einstellungen etc das packe ich einfach mal hier in das große vorderfach rein soll dann natürlich darf nicht fehlen schießsportliche dokumentation auch persönliches schießbuch genannt damit ich eben meine mein termin gestern wettkampf entsprechend bestätigen lassen kann so in einer separaten tasche dann weil die einfach nicht in das futterall passen kommen dann noch die die schafft unterlagen gewährunterlagen hier das 3er set von aim usa wird dann in der kleinen oder großen range bag noch mit reingepackt damit ich entsprechend den hinterschaft unterbauen kann so dann am morgigen tag bevor ich losfahre geht es dann an die büchse hier meine tots 7801 kaliber 22 lr in der leichten frankenstein ausführung also ich habe mir hier hinten mit einer übrig gebliebenen kydex platte nur so mal als erläuterung eine entsprechende schafterhöhung drauf gemacht dass ich besser durchs zielfernrohr gucken kann dass also der kopf besser oben ist habe das unterfüttert mit einer entsprechenden schaumstoffeinlage die gut geformt ist und habe das dann entsprechend fest gedübelt also festgeschraubt mit holzschrauben mir ist es relativ egal bei der büchse ob da jetzt löcher im schaft sind oder nicht ich werde diese büchse nicht mehr so lange schießen denn wenn mir das morgen tatsächlich den spaß bereitet den ich denke es mir bereiten wird dann wird nächstes jahr sowieso eine entsprechende präzisionsbüchse einzug finden mir geht es auch morgen nicht darum wie ich tatsächlich abschneide es ist für mich ein just for fun wettkampf am morgigen tag dann kommt natürlich auch entsprechend munition grundsätzlich ist es so dass ich so gepolt bin dass ich hosen träge und gürtel zur selben zeit trage das bedeutet ich bevorzuge eine gewisse form der ausfallsicherheit nenne ich es jetzt einfach mal das heißt ich gehe mit redundanter munition auf die range will heißen wenn ich weiß dass ich 50 oder 60 schuss munition benötigen nehme ich mehr als genug mit um auf nummer sicher zu sein falls irgendwo was passieren sollte wir werden morgen mit der sk long range schießen die habe ich auf der tots eingeschossen und die geht auf 50 meter nahezu loch in loch fun faktor dabei als ich in sindling war beim christian auf dem stand beim schießen man konnte sogar durch das zielfernrohr hier das vortex diamondback tactical da konnte man sogar sehen wie das geschoss die linie des objektivs vorne gekreuzt hat und dann loch in loch quasi reingeflogen zwar ziemlich cool ich denke mal das wird morgen auf der 100 meter 2 und 300 meter noch besser zu erkennen sein wenn ich auf die entfernung hin das geschoss sehen kann aber es ist ziemlich interessant wenn man das mal sieht wie die wie das geschoss von der kurve her rein fliegt wie gesagt ich gehe mal ganz stark davon aus das ist nicht alles was ich in zukunft mit auf wettkämpfe nehmen werde für morgen soll es das reichen das einzige was hier jetzt nicht abgebildet ist oder gezeigt ist ist meine visem schießmatte die liegt bereits im kofferraum ich habe mein auto wieder zurück nach dem wildunfall und habe sie aber einfach nur aus praktischen gründen im kofferraum liegen lassen das ist das was ich für morgen an ausrüstung einplane nicht schießspiel sportlicher naturen ausrüstung nehme ich noch mal eine kamera ausrüstung mit dass ich ein paar aufnahmen machen kann also es wird morgen auf jeden fall bestimmt ein lustiger tag in diesem sinn vielleicht sieht man sich ja morgen den ein oder anderen ich freue mich auf jeden fall bis denne